also diese kisten da sind die kristalle drin ach das ist ein champion hier deswegen ist er lebt er noch mein gott der will nicht eingehen hier der will nicht eingehen das elite galaxiefaden waffenmodul kommen das mal beide gier nehmen oder was nie freu mich und daran müsste noch Inventar ist voll sagt er mir ja ich recycle jetzt hier irgendwas keine ahnung ja 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 wieso stichtst da rum weil die Taschen voll waren ich müsste erst mal ein bisschen niesen warte vielleicht kommt noch einer so ok Dankeschön du nicht dem in Giste ach fuck man so ich glaube mal eine bräuchten wir noch noch eine Kiste achso das sind Kristalle ins Energiebecken zurückbringen das ist hier vorne irgendwo direkt hier irgendwie 25 Meter hier ja Arschloch da steht noch was jetzt so eine Konsole präge dir das Muster ein und wiederhole es ach du scheiße blau sag es nicht laut wieso ja weil ich andere Farben hatte also ich habe gleich schon eins auf die Glocke bekommen hier ich darf nicht mehr ran wieso jetzt ist hier irgendwas runtergekommen was ist das denn oder haben wir verkackt jetzt ja ja der Terraformer ist ein machtvolles Gerät er ermöglicht meinen Orden die physikalischen Eigenschaften des lokalen Terrans auf dynamische Weise zu ändern gleichzeitig also ich kann es hier nicht sagen ich weiß nicht ob wir jetzt verkackt haben oder pass auf ich reite nochmal kurz wir müssen woanders wo ist das da abgeschlossen steht hier hier steht abgeschlossen ich soll wir sollen jetzt zurück oder ich habe noch eine andere Quest hier und kann ich mir reiten scheiße ich muss meinen ja meiner ist abgelaufen befreie Forscher Zahn ach hier ist der ist ja auch noch hier ja der ist das ja so was haben wir noch Kehre zu wischen so jetzt hier lang ja kommst du ja haben wir es auch es gelten die üblichen Vorschriften für Attentate gut gemacht okay ok kriere beim Auge lass mal red der schnerz er beschäftigt schon wieder telefonat hier ach da ist ja einer sag doch was hä ich spreche doch ins mikro ich will dich ja nicht stören ne hey was hast du mir für besorgen jetzt alter hä ich hab keine Sorgen alter alter oh voll zickig ey ähm eine Sekunde ich will mal durchgucken hier ich hab noch so viele alte Quests hast du auch noch so alte Quests so Unmengen ich hab noch befreie Feuerschreiter irgendwer das ist sogar hier irgendwo und reist nach so und so hast du auch viel Feind viel Ehr ja ach du scheiße ich hab zu viel der Quests wir machen einfach deine Quests fertig sehr ruhig wenn du aufnimmst dann zieht man das ist nicht deine Sachen okay das ist das Quatsch für mich gut das ist über 1000 Meter was ich hab die Hälfte nur verstanden leider aber okay wir machen meine Dinge jetzt hier weißt du was ich richtig schade finde irgendwie dass das so hier das pvp und Dungeons so eigentlich gar nicht gar nicht stattfinden eigentlich ne oh kacke nein hier ist so ein riesen Pfefe um hier was ist er tot? ne nein da wird sich nie jetzt sieht er tot aus ob n Ja. das hört sich aus als würdet ihr über wasser laufen schmeißt den bananis auf guck mal hier geh mal an diese bobble ran da wieso nicht bananenwurf mist 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 das irgendwo kann man nicht irgendwie schneller laufen ist das hier drin das soll hier sein ja irgendwie guck mal hier das erz er bekommt es fast so vor als wären wir schon mal hier drin gewesen ne ja hier ist er auch nicht scheiße ähm hab ich vergessen feuerschreiter jarog was ist denn das hier nichts ne ich glaub das ist oben irgendwo das ist nicht in dieser höhle hier wieso feierabend jetzt das erz was denn was denn Was ist das? Geht es dir plötzlich, dass es hier wäre? So gut, was spinnt hier. Genau hier soll das sein. Oder das ist obendrauf irgendwo. Aber eigentlich ist mir auch fast Wurst, weil ich glaube, die ist schon grau hier oder so. Ach, dann lass lieber hier zu Umweltschützer. Der Schrecken. Das ist so ein Elite Champion. Der Schrecken von... Wollen wir die umhauen? Oh, gleich zum Erz geflogen hier. Was ist das? Widerstands... Ja, komm, mach Gier. Wieso? Wer hat denn das Ding jetzt? Hm, ich weine doch. Gehe. Achso, ich hatte irgendwie die gewählt. Wieso? So, gehen wir mal hier lang. Du wirst immer leiser, ich höre gar nichts mehr. Hast du gefragt, wo ich bin oder was? Ja. Na, ich laufe hier die Quest lang. Einführung in den Umweltschuss. Die Quest. Das ist ein Bananen, ey. Oh, hier ist ne Kiste gelandet. Hm, ne Kiste. Und es hat einen... Der... Das Vieh ist ja aus der Kiste. Aus der... Na, dann töten wir uns mal lieber gleich, ne? Oh, ich hab ein Telefonat hier. C. Oh, ich hab ein Charger, kommt, Hilfe, schnell, erforderlich. Äh, äh. Toll, toll, jetzt los, los. Oder die PvP an? Wie lange nicht? Wahrscheinlich nicht. Naja, ja, ja. Ich glaub, die sind nur... Das ist nur... Was hast du gefragt, was mit PvP? Ob du sehen kannst, wie lange das noch geht? Wie? Ja, anderthalb Stunden sind wir in der Warteschlange. Eine Stunde steht da. Könntest du ja aus anderen Spielen. Ich glaub auch nicht, dass da heute nochmal aufgeht, so. Ich weiß gar nicht... Es gibt ja Spiele, die sind halt nur tagsüber etwas besser bevölkert, ne? So, und dann funktioniert der Kram dann höchstwahrscheinlich schneller. So, und dann gibt's Spiele, da ist egal, geht's halt nie richtig, ne? Das ist irgendwie so ein Tisch. Jetzt gleich schon, ja. Jetzt hab ich sie hier. Hier ist auch noch... Hier ist auch noch einer... Klingenhorn. Gruppe stand da. Ich hab da hinten auch noch irgendwas gesehen. Was ist das hier? Post. Ach so! Das Brühkasten. Hm. Dieses Vieh, ey. Das ist ne Katze, ne? Ne, das glaub ich nicht. Einer. Fass. Klingt wie so'n Dämon, weißt du? Ich kann mal nicht vergessen, die Katze ist auch schon irgendwie 1980 geboren worden, ne? Das ist uralt. Das sieht cool aus, dieses Klingenhorn hier, ne? Da hat aber was drauf hier, ne? Das ist ja schon. Mäi, 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 dieser ist ja auch so. Das ist klingt wie so. Kון. Was? Was? Was ist das? Komm, lass Gier machen. Kick ich das, ja? Ne, wer kriegt denn das jetzt? Du? Du kannst die anlegen, diese Schilde, irgendwie, ne? Echt? Guck. Ja. Wo kann die Blumen zerstören? Du musst in dein Inventar gucken, man kann so ein Schild anlegen. Ich hab ja auch schon eins angelegt. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Hm. doch guck es ist Zeit zu handeln ach guck mal das war das Gruppending wo ich meinte da stand Gruppe guck hier gibt es blaue Gegenstände jetzt Waffenmodul nicht erledigt hast du vergessen einzusammeln vielleicht oder so ja was ist abgeben auch hier muss man abgeben ja so jetzt muss ich mal gucken Kopfgeld der Bestie seelengebunden wie verbinden jetzt muss ich mal kurz mein Charakter wohl mal Charakterfenster hier muss ich nicht was in das Charakterfenster weißt du das noch oh hör krass kann doch nicht wahr sein da kommt immer hinter Charakter P ach so ok mhm laserspitzhacken für Anfänger ach kaufgeld der Bestie ach so das ist wie so ein wie soll man sagen Artefakt und so habe ich jetzt auch drin ja ok cool ja ich habe mal so viel Krempel hier ey und diese olle Tiki Maske ne ja 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 ich würde sagen wir machen hier mal ein Bräutel ne jo wow das ist doch scheiße weißt du das finde ich eigentlich blöd dass wir hier irgendwie in kein Schlachtfeld und nix kommen ne ja stundenlang warte und da kommt echt nichts weißt du weißt du noch letztens wo wir auch wie lange haben wir gewartet auch über eine Stunde oder zwei Stunden ne und die wollte gerade raus und dann geht das tatsächlich auf ich dachte die wird bekloppt und dann machen wir den scheiß auch noch mit und genauso war das nämlich auch bei dem blöden Dungeon ja so wo wir dachten ok machen wir schnell noch das Dungeon dann hat es über eine Stunde gedauert und wir haben es nicht mal abgeschlossen könnt ihr euch alles angucken ne ja so ich sag erstmal danke fürs zuschauen hinterlassen ein Abo ansonsten gibt es auch die Glocke hier ne schicke ich sie vorbei ja schießt euch die Klöteriks weg ne ja mach ich q podemos jки genau alle viel spaß mit dem Jocken bis zum nächsten d 직 d لل sehste das ist ne urdedäische Verabschiedlung die ist rumgestammelt immer was andere machen ne ja eben Also haut rein, ihr Keul, ne? Bis denn dann. Ja, sagst du auch tschüss, oder was? Ach ja, tschüss. Ich mach' ne Pause, du sagst nicht, und die denken mir, wie... Scheiße, dann denken die, guck mal, Hirnausfall, ne? Der weiß nicht, der wollte noch irgendwas sagen, jetzt hat er vergessen, ein Video zu machen, oder so. Ja, tschüss. Also, tschüss, Leuzi, ne? Habt euch lieb. Oh, tschüss. Oh. Jetzt aber.